Das Promi-Round and Round. Promis drehen am Rad. Das Promi-Round and Round. Zufällige Fragen und viele Antworten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyth. Hallo und herzlich willkommen. Mein heutiger Gast, der steht seit über 30 Jahren auf sämtlichen Comedy- und Kabarettbühnen der Nation. Ohne ihn ist für mich, also ist und war der Quatsch-Comedy-Club undenkbar. Auf jeden Fall. Also Mann der ersten Stunde. Zudem, Quatsch-Comedy-Club hat auch eine ganz besondere Beziehung. Da kommen wir bestimmt auch drauf. Man nennt ihn auch so ein bisschen den Bad Boy der Kabarett-Szene. Der Mann redet Klartext. Das freut mich sehr. Es könnte meine erste FSK 18 Plus Sendung werden. Mal gucken, wie es wird. Hier ist Ingo Appelt. Herzlich willkommen. Hallihallo. Mensch, mach mich doch nicht so schlecht. Wie? Wobei, manchmal muss ich da auch so ein bisschen drauf achten, weil ich hatte das neulich auch so ein Interview, das war sehr freundlich. Und da habe ich dann auch gesagt, mach mal ein bisschen was Schmutziges rein, sonst geht mein Image kaputt. Ja. Also ich habe ja doch dieses Bad Boy-Image. Aber ich bin, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, ich bin privat so nicht. Also das muss man schon sagen. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, es sind ja immer zwei Persönlichkeiten, Gott sei Dank. So leichte Schizophrenie gehört Gott sei Dank zum Berufsbild. Aber jetzt mal ehrlich, du hast, ich habe ja ein bisschen recherchiert, Bundesjugendkonferenz der IG Metall 89 war der erste Auftritt des Herrn hier. Seit 1993, hauptberuflich über 30 Jahre. Das ist doch der Hammer. Das ist doch unglaublich, oder? Über 30 Jahre jetzt in dem Job. Ja, ich schmiere es mir jetzt nicht so aufs Brot, weil ich komme mir so alt vor. Aber das Geile ist ja, wir sind ja in so einem Alter, wo man, ich bin ja jetzt auch 57 Jahre alt und wir kommen uns ja nicht alt vor. Warum? Weil die Alten von früher immer noch unterwegs sind. Also es gibt immer noch Herbert Grönemeyer, den habe ich damals, also in den Anfängen habe ich den parodiert. Das war einer meiner ersten Parodien. Herbert Grönemeyer, der Udo ist immer noch unterwegs, der ist immer noch dabei. Das heißt, oder auch Roland Kaiser, ich bin damit aufgewachsen. Als Kind habe ich den im Rahmen, der steht immer noch auf der Bühne und sieht, jetzt seit 50 Jahren ist der unterwegs. Unglaublich. Und deswegen merken wir nicht, dass wir alt werden, weil um uns herum wird alles immer noch viel älter. Geil. Ja, Gott sei Dank. Ich meine ganz ehrlich, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich meine, der Rücken sagt, man ist älter, als man sich hier oben fühlt vielleicht. Aber würdest du jetzt so jungen Kollegen raten, überhaupt nur sagen, also geht in die Kabarett- und Comedy-Szene oder sind eigentlich alle Nischen besetzt irgendwie? Nein, also ich mache ja selber hier auch in Berlin den Nachwuchs. Ich habe hier diesen Hotshot, das ist vom Comedy, vom Quatsch Comedy Club ist das der Nachwuchs-Wettbewerb quasi. Da suchen wir junge Leute aus und das moderiere ich ja auch. Und ich finde das ganz interessant. Wir haben wirklich eine ganz andere Art und Weise, wie man Comedy wahrnimmt. Also bei uns war es eher politisch, sehr anarchisch auch, sehr frech und auch so gegen den Strom auch so ein bisschen. Nicht alle, aber doch viel. Und das ist heute ganz anders. Das ist wirklich eine ganz andere Art. Das ist eher freundlich und so, ja, ich bin Veganer, ich bin Syrer, ich bin Marokkanerin und bla 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 und meine Mama und mein Vater und meine Freundin und mein Mann. Also das ist alles so ganz persönlich und auch alles sehr freundlich und da geht es eigentlich immer um den Menschen. Ich würde ja heute sagen, sehr narzisstisch eigentlich, dass man eigentlich die ganze Zeit nur von sich selber redet, während so Leute wie ich doch eher dazu neigen, auch zu politisieren, Zustände aufzuzeigen. Und den Finger auch mal in die Wunde ganz offen zu legen. Klartext eben. Das Salz in die Wunde reinkleistern, ganz genau. Ja, mir ist ja auch immer wichtig und das mache ich, das merke ich jetzt ja auch, jetzt gerade nach der Pandemie. Ich merke schon, dass diesen Aggressionstherapie-Touch, den es für mich schon immer hatte, also ich war schon immer jemand, der auf die Bühne gegangen ist, um auch da so ein bisschen frech zu sein, aggressiv zu sein, um die Leute auch so ein bisschen zu provozieren, rauszuholen, um auch mal ein bisschen hier mal Kopf an, lasst euch doch nicht alles gefallen. Also dieses Rebellische, das habe ich jetzt schon wieder, lustigerweise. Das ist total schön. Ich meine, es heißt ja auch, betreutes Hassen mit Ingo Appel. So nennst du das Ganze ja, so ein Hass der Nahrung. Das nenne ich auch so. Das finde ich schön. Lacht kaputt, was euch kaputt macht. Finde ich ein total schönes Motto. Alter, ganz alter Spruch, spontisch Spruch, glaube ich, aus den 70ern. Lacht kaputt, was euch kaputt macht. Ich glaube, das waren, wer war das denn? Wer hat das denn damals gemacht? Arnold Frating war dabei. Ich habe es vergessen, wie die hieß. Aber auf jeden Fall, total tolle Leute waren damals unterwegs. Es war sehr anarchisch. Und ich habe so das Gefühl, dass man das wieder, entweder auf der einen Seite wird es gebraucht, auf der anderen Seite wird es total gehasst. Also ich habe natürlich auch einen Shitstorm nach dem nächsten. Ich erlebe auch Cancel Culture. Das ist für mich auch manchmal sehr befremdlich, dass so Theater sagen, wir können politisch uns nicht mit dem identifizieren, was du da machst. Und deswegen, wo du auch sagst, steht nicht bei uns im Grundgesetz. Eine Zensur findet nicht statt. Das stimmt. Aber die Leute kriegen es nicht hin. Das ist manchmal paradox, oder? Also Meinungsfreiheit. Und dann sagst du, eigentlich brauchen wir Pluralismus, mehr Meinung und so weiter. Aber dann wird dann auch mal gefragt, oh, Rasterlocken hat der als Weißer. Und da kann er bei uns jetzt nicht. Das geht gar nicht. Ja, weißt du, das ist total irre. Das heißt, du darfst, also Indianer darfst du nicht mehr sagen, Zigeuner geht nicht mehr. Ich habe mir extra Zigeunersoße gekauft, bevor sie weg war. Habe ich mir jetzt den ganzen Keller. Ich kann mir vor wie Lurio beim Senf kaufen. Aber egal. Ich fühle mich da total herausgefunden. Auf der einen Seite sagst du, wir nehmen Kulturen an. Ja, wenn ich jetzt sage, Rasterlocken. Warum ist das denn verwerflich? Ja, du kannst demnächst dein Geschlecht ändern, aber keine Rasterlocken tragen. Also es ist alles, es wird alles so radikal in alle Richtungen. Und da hat natürlich so ein Radikalinski wie ich richtig Spaß. Ist ja klar. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das sind die Themen, die werden dir quasi vor die Füße gewürfelt momentan. Richtig. Das kann ich mir vorstellen. Apropos Themen vor die Füße würfeln. Du weißt eigentlich noch gar nicht so recht, was auf dich zukommt hier bei unserem kleinen Gespräch. Wir sind ja mittendrin schon. Ja, ich habe jetzt auch einfach mal, ich nehme ja alles an. Also ich traue dem, meinem Management ja auch. Die haben mir das vorgeschlagen. Die haben das inszeniert. Und ich gehe davon aus, dass ich jetzt nicht fertig bin. Ich hatte ja mal so, verstehen Sie Spaß oder so. Da wird man ja schon mal ganz schön verarscht. Oder manchmal wird man auch missbraucht. Ich hatte das jetzt im Wahlkampf in Thüringen und Sachsen. Da haben sie teilweise Sachen total verfremdet aus meinem Programm rausgenommen und dann mit Wahlkampf für die AfD gemacht. Das ärgert mich dann schon, dass sowas gemacht wird. Nur weil ich sage, gendern finde ich nicht so geil. Ich finde aber auch die, die sagen, ich will nicht gendern, die finde ich teilweise noch schlimmer. Also ich finde alles, was so radikal wird, ist mir eigentlich zu mir. Ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich, du gehst ja auch offen damit um. Ich bin weiterhin Mitglied der SPD. Ob überzeugt oder nicht, da reden wir vielleicht nachher noch drüber. Traurig, traurig. Ich bleibe drin. Ich bin wahrscheinlich bald der Letzte. Du machst das Licht aus irgendwann mal, ja? Vielleicht. Wahrscheinlich. Mit Kevin Kühner zusammen. Ab und zu, lieber Ingo, wird hier mal so ein Rädchen kommen. Ja, und dieses Rädchen drehen wir jetzt auch gleich mal für dich. Das ist unser Überraschungsrädchen. Ich weiß auch selber nicht hundertprozentig, was da kommt. Da kommen Kategorien und da gibt uns die Dramaturgie ein bisschen vor. Und du machst jetzt Glücksrad für mich. Du machst jetzt Glücksrad. Richtig, Glücksrad. Und im Namen steht ja schon Glücksrad. Also es kann gar kein Pech sein. Die erste Frage, das habe ich nicht so Glück, das ist gleich mal die privateste Frage des Gesprächs. Da passiert es manchmal, dass meine Gesprächspartner dann so unten rechts auf den Auflegebutton drücken. Ich hoffe bei dir heute nicht. Die privateste Frage des Gesprächs ist jetzt so, du bist ja Mann des Klartextes. Das hast du aber auch klargestellt. Ich bin natürlich die Bühnenpersönlichkeit. Also hier sehen wir gerade im Videocast aktuelles Programm noch, heißt es, Startschuss. Da bist du Klartext, da bist du gerade raus. Und dann sagst du ja auch in dem Programm Männer, wir müssen mehr Dienstleister werden. Das Matriarchat muss wieder gestärkt werden. Du schilderst sehr plakativ, muss ich sagen. Meine Damen und Herren, sehr plakativ. Er macht jeden Morgen seiner Frau Frühstück. Ich sage jetzt nicht, dass es in Adams Kostüm ist. Und du bedienst sie, machst so eine Prinzessinnen-Szene. Jetzt Klartext, privateste Frage des Gesprächs als erstes. Ist das jemals vorgekommen oder es ist nur die Bühnenpersönlichkeit? Nein, das kommt tatsächlich vor. Ich meine das auch ernst. Ich bin so ein Versorger und so ein Glücklichmacher. Also gerade im privaten Bereich, auch auf der Bühne, mache ich das ja gerne. Ich lasse die Leute da lachend rausgehen und nicht, dass sie verzweifelt sind. Und da rausgehen und sagen, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Sondern ich versuche, die Menschen wirklich glücklich zu machen. Das habe ich so ein bisschen auch von meiner Mama. Die hat das auch immer gemacht. Meine Tante hat das auch gemacht. Und ich musste auch, meine Mutter war alleinerziehend. Und ich war der Große quasi. Ich hatte noch eine kleine Schwester. Um die musste ich mich kündigen, aber auch ein bisschen um meine Mama. Weil die waren manchmal auch sehr verzweifelt. Als ich jetzt vor kurzem mal wieder diesen Film gesehen habe, Der Junge muss an die frische Luft mit Hape Kerkeln. Oder die Geschichte von Hape Kerkeln. Da habe ich mir auch ein bisschen ein Tränchen rausdrücken müssen, weil mir ging es ähnlich. Meine Mama war auch eher so verzweifelt und krank und nicht gut drauf. Und ich habe dann, wir waren dann in Würzburg, ich bin ja verschleppt worden aus Essen nach Würzburg. Und da fehlte ihr so ein bisschen das private Umfeld. Und dann habe ich wirklich angefangen, auch so zu essen. Ihr fehlte so dieser Essener Dialekt. Das fehlte ihr, das Ruhrgebiet. Und so fing das bei mir an zu parodieren. Da habe ich Jürgen von Manger, also Adolf Techtmeier, habe ich dann nachgemacht. Und das fand ich natürlich dann total schön. Lachen als Therapie? Ja, quasi als Therapie oder quasi als Gruß aus der Heimat. Ja. Ist es aber, ich bleibe ein bisschen bei diesen therapeutischen Gedanken, auch bei diesem Lachen, was euch, also Lachen kaputt, was euch kaputt macht, ist ja schon auch so, du gehst befreit raus, du willst den Menschen, auch wenn es Klartext ist, und mal derbe zugeht, aber eigentlich kommt man gut gelaunt aus deiner Show raus. Und ist das so, kommt das aus der Zeit, meinst du, dass du sagst, also ich habe gemerkt, ich habe meine Mama zum Lachen gebracht, egal ob mit Parodien, Gruß aus der Heimat, und das tut ihr gut? Und das hast du so ein bisschen inhaliert? Naja, ich glaube, ich mache keinen Sport beispielsweise. Also ich habe keinen Workout im Sinne von, dass man mal seine Wut irgendwo, was weiß ich, es gibt in Berlin Crashrooms, da kriegst du einen Baseballschläger in die Hand, kannst du eine Büroeinrichtung zertrümmern, 80 Prozent Frauenanteil. Also manchmal muss man ja körperlich was tun, um seinem Ärger irgendwie freien Lauf zu lassen. Ich habe keinen Sport, die Kinder ankacken kannst du auch nicht mehr, die Frau verprügelt, das ist auch nicht mehr in Mode. Das ist alles raus, es ist vorbei, und das ist auch gut so. Und ich will aber auch nicht, dass wir Menschen Sanitäter verprügeln, wir haben das ja jetzt auch gesehen in der Pandemie, Polizisten werden angegriffen, die kriminelle, also auch die häusliche Kriminalität oder die Gewalt hat zugenommen. Also wir müssen irgendwo hin damit. Und da finde ich schon, dass so eine Comedy, die ich auch so derbe, wie sie ist, das hat schon so ein bisschen was wie vom Heavy-Metal-Konzert, so ein bisschen was Hatsanging, und wir lassen es mal raus. Ja, das tut auch gut. Also apropos, ich lasse es mal raus, wo lässt du denn jetzt mal, ich habe gesagt, wir kommen, er hat eine ganz besondere Beziehung auch zum Quatsch-Comedy-Club, nicht weil er Mann der ersten Stunde war, sondern weil natürlich auch deine Frau was mit Quatsch-Comedy-Club zu tun hat. Ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe und mich die diversen Quellen nicht anlügen, die Barchefin des Berliner Quatsch-Comedy-Clubs? Mittlerweile die Gastroleitung. Gastroleitung, als ich sie kennengelernt habe, war sie Barchefin oder Thekenschlampe, kann man jetzt nennen, wie man will. Wie ist denn das? Also ist denn deine Frau Sonja dann auch quasi die erste Empfängerin deiner ersten Punchlines? Kriegt die das als erste Empfängerin? Geht ihr den hin und sagt, wie findest du den? Das macht sie schon, aber sie ist jetzt nicht diejenige, die ich besch... Lustigerweise, Sonja lacht grundsätzlich sehr gerne. Also das ist schon mal eine gute Vorarbeit. Sie isst gerne und sie lacht gerne. Und deswegen, also wir fressen zu viel, das ist leider unser Problem, deswegen sehe ich auch so aus. Ich bin halt auch der Koch und traue nie dem dünnen Koch. Und ich werde meiner Mutter lustigerweise immer ähnlicher. Die hatte auch mal diese Hamsterbacken. Fürchterlich, mich nervt das total. Und sie fühlt sich auch immer so wie so, ah, aber wir essen halt leider erst spätabends. Also ich gehe zum Beispiel hier in Berlin in die Wühlmäuse. Da spiele ich mein Programm, dann komme ich nach Hause, dann bin ich um elf, halb zwölf zu Hause. Sie kommt um halb zwei. Und das heißt, wenn sie aber dann kommt, steht ein warmes Essen im Ofen. Ja, altes Problem. Ich kenne auch, ganz den Tag vergisst man es oder macht oder hier mal naschen. Und abends dann aber ist es auch so ein gesellschaftliches Ding. Dann isst man halt dann einfach, ne? Ja, bei mir ist es halt auch, ich hasse es, vollgefressen auf die Bühne zu gehen. Also ich esse vorm Auftritten nicht. Das heißt, ich komme von der Bühne und dann kriege ich erst Hunger. Und dann geht das bei mir los. Und das ist leider blöd, weil du natürlich, wenn du immer nur nachts isst, natürlich der Stoffwechsel. Das setzt an. Ich esse den ganzen Tag nichts und dann abends haue ich voll rein. Und dann gibt es dann diese leckeren Sachen wie Pizza. Da mache ich dann aber auch dann eben Roulaten und also eher so das üppige Zeug. Mac and Cheese, Chili con Can. Halt das Leichte. Und solche Sachen, das leichte Essen, also heute werde ich es mal, weil es so warm ist, werde ich es mal mit einem Tomate Mozzarella, also ein Caprese. Da werde ich ja Caprese machen. Und ich habe es ein bisschen speziell, weil ich tue da noch so ein paar spezielle Gewürze dran, ein bisschen Zwiebel. Die werden quasi damit in die Soße mit eingearbeitet. Also ich muss ja immer was Besonderes machen. Also ich bin ein sehr guter Koch und probiere da viel aus. Und Sonja muss das essen und sie tut es gern. Das ist ja schön. Das ist echt interessant, dass du sagst, ich bin so ein Versorger, so ein Kümmerer auch. Und das tut ja auch gut. Ich meine, wenn man merkt, dem anderen schmeckt es oder der andere, der fühlt sich gerade wohl. Ist es auch so, es ist ja, du sagst ja ganz dezent in deinem, also nicht nur dezent, sondern sehr direkt, hier mehr Frauenpower und die sind eigentlich das wirklich starke Geschlecht. Naja, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt nicht das starke Geschlecht, im Gegenteil. Das starke Geschlecht sind wir. Manchmal sind wir zu stark, weil wir wissen manchmal nicht, wohin mit unserer Gewalt. Ich beschreibe das ja auch im Programm. So Leute, was willst du von Menschen erwarten, die sich in einer Dauerbrunst befinden? Das sind wir Männer ja nun mal. Und diese Dauerbrunst macht uns leider in einem ständigen Maße aggressiv. Wir befinden uns in einem ständigen Konkurrenzkampf zueinander und sind auch sehr militant. Also wenn man sich das anguckt, im Jahre 2024, wir haben Krieg in Europa, wir haben weltweit Auseinandersetzung, wir haben einen Rechtsruck in Deutschland, in ganz Europa. Da muss man ja sagen, der Osten ist da ja weiter vorne als wir Wessis. Die sind näher an Italien, die sind näher an Frankreich, die sind näher an, was weiß ich, Russland. Die sind da ja näher dran, weil den Rechtsruck haben wir überall weltweit. Und das sind ja vor allen Dingen die beleidigten Männer. Das sind ja wir, wo ich immer sage, wozu braucht eine Frau einen Mann, weil Vibratoren nicht Rasen mähen können. Da habe ich früher drüber gelacht. Mittlerweile habe ich Angst, weil es stimmt. Man müsste stark sein und diese starke Nacht draußen, obwohl vielleicht auch mal so eine weibliche Seite ja auch ganz uns gut täte. Es geht nicht um Weiblichkeit. Es geht nicht um Weiblichkeit. Das ist gar nicht das Thema, meine ich, sondern mein Thema ist Männer mal mögen und nicht immer nur als Konkurrenten empfinden. Deswegen haben wir ja auch so, das ist auch ein Riesenthema bei mir im Programm, ist Homosexualität. Welche Angst heterosexuelle Männer vor Homosexualität haben, ist erstaunlich. Und ich spiele damit abends auch, dass es wie Männer reden, sagen, ja, das ist ein Tolerat, bist du auch schwul? Ich bin nicht schwul, ich hau dir auf die Fresse. Die haben Angst davor, weil es ist ja ganz klar, das ist ganz logisch, wer gefickt wird, ist immer der Depp. Das ist die männliche Logik. Und deswegen, Männer wollen immer alle anderen ficken, aber selber nicht gefickt werden. Das ist ja das Allerwichtigste. Und das ist erstaunlich, welche Auswirkungen das auf unser Leben hat, auf unsere Art des Zusammenlebens und auch wie wir regieren, wie wir Länder regieren, wie Politik funktioniert. Das ist alles sehr kriegerisch, alles sehr militant. Und mich stört das, mich stört das total. Ich mag schon kein Fußball, das ist mir schon zu militant. Ich mag kein Schachspiel, das ist mir zu strategisch. Ja, weg mit diesem ganzen, dieses ständig Konkurrieren. Und das sind wir Männer. Wir können Milliardäre sein, wir sind immer noch unzufrieden, weil der andere hat noch mehr. Das ist so eine männliche Grundart, die ist schrecklich. Ich sage jetzt nicht, dass wir im Vorgespräch gerade eben, wo wir die Kamera eingestellt haben, sage ich, das machen wir alle in der Nachproduktion, das was bei uns an Falten da ist. Jeder sagt, mach mir die Haare bitte so wie von Trump. Das verrate ich aber jetzt nicht an dieser Stelle. Das ist doch so ein typisches Alpha-Männchen-Verhalten, dass du da auch schilderst, oder? Ja, das ist das. Und das ist genau dieses, was die Leute auch noch draufstehen. Also das ist so, das hat so dieser Normalismus bei dieser Art von Männlichkeit, dass der sagt, to grab her pussy, und die Leute sagen, das ist einer von uns. Das ist so eine ganz klare Sehnsucht nach gewisser Normalität auch. Und da scheint es in der Politik, ich habe das ja auch, du hast ja gesagt, ich bin in der SPD, die Sprache in der Politik, die wir normal haben, die ist verheerend. Ich habe das damals auch gehabt, ich bin in Bayern in die SPD eingetreten, in Würzburg, da war ich 1920. Und ich war Jugendvertreter bei Siemens, ich war so ein Arbeiterkind. Und ich bin da rein, und bei den Jusos, da saßen nur Juristen, also vor allen Dingen Akademiker, Wirtschafts-, keine Ahnung. Und die saßen da, guckten mich an, und was ist das denn, ein Arbeiterkind? Und dann haben die mich gefragt, ob ich denn neoreformistischer Marxist oder reformistischer Marxist bin. Ich habe dir angeguckt und gesagt, ihr Arschlöch, ich bin evangelisch und bin gegangen. Und das ist genau so passiert. Und das ist genau das Problem, was wir haben, ich habe das ja auch gehabt, 1. Mai, DGB, ich stehe in Köln auf der Bühne, ficken, bumsen, blasen. Dann steht eine junge Frau vor der Bühne, eine von den Funktionärinnen und der sagt, lieber Ingo, wir wünschen uns ein niveauvolleres Programm. Und da habe ich die angeguckt und habe gesagt, stellst du dich auch bei Rammstein in die erste Reihe und sagst, wir hätten es gerne ein bisschen leiser. Ja, aber das sind so diese Leute, die meinen, sie müssen anderen sagen, wie es geht. Und wo ich dann auch gesagt habe, wenn du Lehrerin bist, war Lehrerin, ja. Wie gesagt, wenn du mit echten Kindern zu tun hast, das wirst du nicht überleben, grüße jetzt schon mal deinen Burnout. Mein Credo ist, wenn du eine halbe Stunde Ingo Appelt nicht aushältst, dann bist du nicht fit fürs Leben. Und da ist auch ein bisschen mehr dran. Ja, und deswegen mal reingucken hier. Also ganz ehrlich, mal reingucken, das ist wirklich, das ist ein bisschen, das ist, ja, ich bleibe dabei. Es ist ein bisschen Politik, ein bisschen Therapie auch, ein bisschen auch selbst, also mitlachen. Und falls ihr mal ganz kurz, das ist der Werbeblock hier, falls ihr nicht wann und wo er unterwegs ist, übrigens auch bald wieder mit neuem Programm, sprechen wir gleich drüber. Guckt mal auf ingoappelt.de, da sind alle Termine auch aufgefüllt. Was hast du denn deinen Kindern? Also das ist ja schon eine glühende Rede. Was kriegen die denn so mit fürs Leben vom Papa? Ja, ich lebe das natürlich auch vor, also auch da dieser Dienstleistergedanke. Also ich habe sehr freundliche Jungs. Muss ich aber jetzt aber ganz ehrlich sagen, waren sie auch schon immer. Genau, also ich habe ja so mit denen nie so dieses, dieses Jungs und wir gehen in den Wald und mit Schwertern und mit Messern und wir kämpfen jetzt. Das habe ich nie gemacht. Ich habe mich mal irgendwann aufgeregt, weil die waren, die haben wieder gekämpft, wie immer im Pool, irgendwo im Urlaub. Sag mal, geht noch was anderes, außer dass ihr euch reinschubst und boxt und Judo spielt und Karate und töten und erschießen. Dann filmen sie sich auch noch dabei und es ist immer nur töten und sterben und Krimi. Und dann habe ich gesagt, naja, lasst mal, macht einfach, weil mir ist auch nichts eingefallen. Jetzt mit dem Blümchenpflücken hat dann auch keinen Sinn. Hat auch noch nicht funktioniert. Oh, guck mal, guck mal, jetzt wird hier, guck mal, jetzt wird ein Round and Round eingespielt. Das heißt, es ist Zeit für das zweite Drehen des Rades. Das geht digital bei uns heute mit Ingo Appelt, dem Mann, der zwei Persönlichkeiten hat. Gott sei Dank eine Bühnenpersönlichkeit, eine private. Aber, oh, jetzt kommt das Thema Einbildung. Kurze Ansprache an die Nation. Du hast es schon erwähnt. Du warst hauptamtlicher Bildungsreferent bei der Gewerkschaft in Würzburg. Da bist du ja hinverschleppt worden, sagst gerade selben, so ab dem 11. Lebensjahr bis 26. Was läuft in der Bildung richtig? Was wäre nötig? Achtung, kleiner Programmvorschlag von unserer Seite. Bildung mit Bums, ja? Ich sage jetzt eine Bildung, aber du bist doch der Lehrer, nicht ich. Weil ich, weil mein Auftrag war ja ein ganz anderer. Mein Auftrag war ja als Jugendbildungsreferent aus jungen Jugendvertretern, die eigentlich ganz normal aus der Arbeit kommen, aus den politisch denkenden Menschen zu machen. Also mal zu sagen, man muss auch für die Dinge, die man haben will, muss man auch kämpfen. Es ist nicht ganz normal. Einfach dieses, ich wähle was und dann wird das auch passieren. Das ist momentan, was mich so stört, diese Bestellmentalität. Also gerade an die Politik, die sind ja auch so Helikopterpolitiker, die sagen, wir müssen gucken, was die Politiker wollen. Ich bin immer noch einer, der sagt, was Kennedy gesagt hat, frag nicht immer nur, was der Staat für dich tun kann, frag mal, was du auch für den Staat tun kannst. Also ich bin für Mitarbeit. Grundsätzlich arbeitet mit an dem Staat, werdet Mitglied einer Partei, geht in die Gewerkschaften. Es ist wichtig. Das nimmt alles ab. Die Gewerkschaften haben sich halbiert, die Parteien haben sich auf ein Drittel runter. Also das ist das Problem. Wir bestellen immer mehr. Wir sagen, Politik soll dies, Politik soll das. Und die sollen gefälligst machen, was ich mache. Aber man engagiert sich gar nicht richtig. Gott sei Dank haben wir in der jungen Generation, spaltet sich das gerade. Es gibt sehr viele sehr politisch engagierte junge Menschen, finde ich ganz toll. Das muss weitergehen. Also da muss wirklich was passieren. Weil sonst verwahrlost, also was wir da erleben mit der AfD, ist ein Ergebnis von politischer, mentaler Verwahrlosung. Das ist leider das Problem. Er hat es gar nicht gemerkt. Das war gerade eine politisch-bildungspolitische Ansprache. Ohne, dass wir es angesprochen haben. Herr Wollt, Triste, liegt Ihnen... Ja, aber das ist wirklich... Neulich saß ich da mit einem Wirtschaftsprofessor. Ein Wirtschaftsprofessor. Da sagt sie mir, Herr Appel, ich finde Sie ganz toll, aber dass Sie in der SPD sind, finde ich scheiße. Da sage ich, wieso ist das denn scheiße? Ja, wie sind Sie denn überhaupt, warum sind Sie denn überhaupt dabei? Ja, ich habe einen Mitgliedsausweis, ich habe das unterschrieben. Ach, man kann Mitglied einer Partei werden, das wusste ich gar nicht. Ein Wirtschaftsprofessor. Ja, das ist verwunderlich. Und da, wo ich gedacht habe, die Leute haben von Politik keine Ahnung, wie kompliziert das ist, wie schwierig das ist, dass man Mehrheiten beschaffen muss. Nee, dass so ein Staat kein Überstaat ist. Ich erlebe das, ich bin ja auch viel im Osten unterwegs. Man muss das verstehen, was da passiert. Ich war ja auch 1990, war ich schon im Osten unterwegs und ich habe gemerkt, das geht schief, weil wir die nicht mitgenommen haben. Wir haben einfach nie wirklich offen mit denen geredet. Ich war da, ich habe denen gesagt, ihr müsst euch gewerkschaftlich organisieren, die haben so gesagt, hör auf, Gewerkschaft. Können Sie doch nicht sagen, Boah. Das haben 40 Jahre lang die Scheiße, ja. Die Scheiße da, die sie verarschen, doch nur die Gewerkschaftfunktionäre und Wichser. Scheiße. Und dann hat die Partei, hör auf, der Partei ist das letzte Oschloch. Das heißt überhaupt kein Grundvertauen in Parteien, in diese Grundpfeile einer Gesellschaft, wie ich sie halt kenne. Da gehören auch die Kirchen dazu. Ich bin zwar kein Mitglied der Kirche, aber die sind wichtig für so eine Gesellschaft zur Stabilisierung. Die sind wenigstens freundlich. Du hast ja vorhin gesagt, du trittst viel im Osten auf und sagst ja auch mal so Sätze im Programm, wegen Unterforderung des Geschlechts werden wir alle rechts. Also das sind schon harte Sätze. Wie wird denn da im Osten darauf reagiert, gerade momentan, wo du sagst, kommen dann nur die Nicht-AfDler zu dir? Nee, gar nicht. Das ist auch schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wer der AfD will und wer nicht. Ich weiß nur, dass klar, die Ossis, die sind so wie meine Arbeiterschaft halt auch. Es ist eher so Ausländer und hier schnupfen war Corona und das ist alles so ein bisschen der Staat, die da oben. Und diese Mentalität, die ist schon sehr stark verbreitet. Die gibt es auch bei uns im Westen, gar keine Frage. Wie gesagt, ich habe bei Siemens gelernt und der Normalarbeiter ist ganz klar Ausländer raus, Frauen in die Küche, Schwule an die Wand. Das steckt total drin. Das sind diese Mechanismen, die sind da und die kannst du ganz leicht bestärken. Das ist, wie gesagt, auch sehr männlich. Das ist so unser Problem. Das sehen wir ja auch bei den AfD-Wählern. Es sind überwiegend männliche, junge Arbeiter, die die AfD wählen und bei denen zieht das halt. Das ist wirklich ein großes, großes Problem. Wir wissen nicht, wohin mit unserer Aggression. Wir wissen, wir sind halt auch nicht ehrlich zueinander, wie wir Menschen wirklich sind. Wir sind ja alle tolerant und freundlich. Nach außen zumindest. Das sind wir leider überhaupt nicht. Wir sind eher in der Abgrenzung. Wenn ich dann immer so einen Lanz höre oder den Precht, die mir dann immer erzählen, ja man muss die Dinge auch mal positiv nehmen, aber wir müssen sagen, was wir wollen und nicht immer nur sagen, was wir nicht wollen. Wir definieren uns, glaube ich, alle eher nach dem, was wir nicht wollen. Ich bin nicht in der SPD, weil ich die SPD so gut finde, sondern weil ich damals die CSU so scheiß fand in Bayern. Mir ging dieser Franz Josef Strauß, mir ging diese ganze Partei, die ging mir auf den Sack. Kommt natürlich noch hinzu, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist man eher sozialdemokratisch. Ich bin in Bayern eh durchgefallen. Die haben mich gemobbt, die haben mich ausgegrenzt. Ich war der einzige Evangelist. Ich war da, ich saß auf der ersten, mein Lehrer hat damals zu meiner Mutter gesagt, ihr Sohn ist sehr intelligent, aber sie erzieht einen Terroristen. Weil ich wusste, wie man Willy Brandt richtig schreibt. Ist kein Widerstand, oder? Nein, ist wirklich so. Ist wirklich so. Und das war wirklich, das war auch diese Strenge. Ich kam da rein in diese Schule mit elf Jahren, du hast es schon gesagt. Ich kam da nach Würzburg. Ich kam von einer modernen Gesamtschulkonzept in Bottrop. Das heißt Fischertechnik, Räume, Kino, eine Disco im Keller, wo du gelernt hast, Platten auf den DJ, haben sie dich da mehr oder weniger angelernt. Das war so eine Spaßschule. Das hat Freude, das war modern. Kleine Klassen, ganz modern. Und dann kam ich in Bayern, kam ich da an, da war ich in der fünften Klasse. Da waren die Mädels rechts, die Buben links, Geschlechtertrennung. Wir haben die Deutschlandhymne gesungen, wir haben gebetet und dann haben wir uns hingesetzt. Also das war wirklich krass. Ich habe echt gedacht, ich bin hier im Dritten Reich gelandet. Und das war 1978. Kulturschock. Das ist echt krass. Das ist ein bisschen Kulturschock. Ich habe mich auch gewundert, weil du bist ja echt lange, vom 11 bis 26, ist ja doch eine ganze Zeit, gerade eine prägende Zeit. Du hast auch nie den unaufränkischen, in dem Fall unterfränkischen Dialekt oder ähnliches angenommen dann. Wahrscheinlich aus dem Grund. Ja, ich kann schon ein wenig Fränkisch. Also das Fränkische, das kann man schon ein wenig annehmen. So ist es zwar nicht, aber wenn ich so red, das klingt immer gleich ein wenig, weil ich mich in die finde. Und ich habe es nicht gemacht, solange ich da war. Weil lustigerweise fing ich mit dem Fränkischen erst an, als ich weggezogen bin. Und das ist so lustig. Ich habe ja eine Schwester, die ist vier Jahre jünger als ich. Und wenn du die hörst, die ist total breit. Fränkisch. Servus, ich bin deine Schwester und hast du mal mit dir geredet. Und das ist schon wirklich krass. Ich habe da wirklich lange gelebt, aber ich habe den Dialekt, ich wollte das auch nicht. Ich war dann immer ein Sonderling halt auch. Also diese ganzen Jahre da, das war wirklich einfach nicht immer schön, muss man auch sagen. Kann ich mir vorstellen. Das prägt natürlich auch sehr. Und auch deswegen, glaube ich, hast du damals schon kein Blatt vor den Mund genommen. Ich denke, das ist auch eine Typfrage im neuen Programm, das jetzt kommt. Aktuelles Programm, nochmal der Hinweis. Startschuss. Startschuss. Guckt nochmal auf ingoappelt.de. Und dann ist aber was Neues im Köcher, meine Damen und Herren. Ist natürlich so, der sitzt ja nicht nur faul daheim, sondern er arbeitet an. Jetzt bin ich gespannt. Heißt das jetzt, Ingo Appelt, Männernerven stark oder Männernerven stark? Das ist jetzt beides. Das ist ja das Wortspiel. Sehr schön. Männernerven stark. Also Männernerven stark, das ist, also wir müssen ja auch Nerven haben. Also ich bin auch eher so der Meinung, wir müssen tendenziell mehr Nerven haben. Das merke ich ja auch im Programm ab. Das ist ja schon, das geht ja alles schon in diese Richtung. Also meine Programme sind ja nie so, dass ich ein komplett neues Programm schreibe, sondern ich bin so ein Patchworker. Das heißt, ich nehme mir immer das, weil ich mache den Job jetzt seit 33 Jahren und da habe ich sehr viel auf Lager. Ich habe auch schon viele Ideen schon mal angefangen und dann wieder mal aufgenommen und dann mal, und die Nummern entwickeln sich immer. Und bei mir ist immer ganz wichtig, wie gerade dieses Männerprogramm, die Männer damit zu konfrontieren. Also das mache ich auch jedem. Und die sind wirklich beleidigt. Die sind wirklich beleidigt. Wenn ich sage, bring mal deiner Frau das Frühstück ans Bett, dann kommt kein Applaus. Dann sitzt sie, der sagt, ja Jungs, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann seid ihr wirklich reif für einen Schredder. Das wird passieren. Denn wenn die KI an die Macht kommt, weltweit, und das wird passieren, irgendwann wird Politik künstlich, irgendwann werden die sagen, ihr Menschen kriegt das gar nicht hin, weil ihr viel zu blöd seid, weil ihr immer wieder in die Kriege reinkommt, weil ihr immer wieder konkurrent, weil ihr immer nationalistisch werdet, weil ihr gar nicht anders könnt. Und deswegen wird dann irgendwann die KI sagen, wir müssen weltweit zusammenarbeiten. Das wird irgendwann kommen. Da bin ich mal gespannt. Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir Männer, diejenigen sein, die in den Kükenschredder reinkommen, da sind immer alles kaputt. Wir sind diejenigen mit unserem Verbrenner. Wir sind diejenigen, die sagen, Klimaschutz braucht man nicht. Wir sind diejenigen, die sagen, Krieg muss her. Wir müssen Waffen. Wir sind diese Nazi-Köppe. Wir sind die mit dem Kalifat. Wir sind die Taliban. Wir sind Donald Trump. Wir sind der Kluck-Klucks-Klan. Es sind immer wir. Und das ist ja so etwas, das geht mir total auf den Sack. Jetzt ist aber die Vorsitzende von der AfD eine Frau. Wie erklärst du dir das denn? Das finde ich auch ganz seltsam. Das hast du ja überall. Das finde ich ganz seltsam. Du hast Meloni in Italien, eine Frau. Du hast Marie Le Pen in Frankreich. Das heißt, bei Wilders bin ich mir noch nicht so sicher, was da ist. Kann man ja demnächst selbst entscheiden. Das ist wirklich erstaunlich, dass Frauen, gerade was die Rechten anbelangt, dass da so viele Frauen Anhänger sind. Da weiß ich aber nie, weil das ist immer so ein Ding, für mich als Mann auch, wo ich immer denke, du kannst das größte Arschloch sein. Aber wenn du erfolgreich bist damit, dann kriegst du auch die Frauen. Ich habe da neulich einen Bericht gesehen. Jenke. Kennst du Jenke? Der hat so einen Ex-Nazi, den hat er interviewt. Der hat von oben ein bisschen Glatze zugetackert. Der stand unter Mordverdacht. Der hat Nutten auf die, der hat Geld, alles Schlimm. Ein richtiger Obernazi. Ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen. Und der hat jetzt eine neue Frau und das ist so eine ganz kleine, nette. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mein Mann so böse ist. Wo ich denke, sag mal, wie naiv bist du eigentlich? Und das erlebe ich leider sehr, sehr häufig, dass so Riesen-Drechse hatten wir früher in der Schule auch. Das habe ich früher schon geärgert. Das ist das größte Arschloch der Klasse, immer die schöne Frau der Klasse abgegeben. Immer die, 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 die schönste der Klasse war immer mit dem Arschloch, der schon dreimal sitzen geblieben, der schon eine Kippe im Maul hat, ein Moppet vor der Tür stehen hat. Da waren sie drauf. Und da habe ich mir mal gedacht, da habe ich mich neulich auch mit einer Frau unterhalten, der hat gesagt, ja, das kann sie verstehen, hatte sie auch. Sie nennt das immer die Auslösche, die Ausbläse, diejenigen, die immer die Kerze ausblasen, die eigentlich immer alles kaputt machen. Das sind auch viel wir Männer. Und ich kann auch so eine Tendenz verstehen, das gibt es ja auch, fand ich sehr interessant, dass es immer mehr Frauen gibt, die sagen, Männer, nee, brauche ich nicht. Denen ist einfach viel wichtiger, wenn sie ihre Freundinnen haben, da weiß ich, was ich habe, mit denen kann ich ausgehen, denen kann ich alles erzählen. Nein, es ist ein sicherer Hafen, bei Männern weißt du nie, der verarscht dich, der betrügt dich, der belügt dich, der will was von dir, der ist nie ehrlich, da weiß du auch nie, was der morgen wieder. Und das kann ich verstehen, wir sind echt die Problembären. Und deswegen versuche ich, sowohl in der Comedy als auch im normalen Leben, so dagegen zu steuern. Und da ist der Dienstleister ein guter Ansatz. Also da eben zu sagen, ich mache meine Frau glücklich, ich mache meine Kinder glücklich, weil da lernst du viel. Also auch mit den Kindern. Weil ich war da auch, das ist ja immer, der Appelt ist immer so, ja, der frisst alles, was vor die Flinte kommt. Nee, das stimmt nicht. Seit ich die Kinder habe, bin ich so ein bisschen weg von der Bockwurst, weil ich selber für die gekocht habe. Das heißt, wenn du in so einem fürsorglichen Betrieb bist, wenn du dich um andere kümmern musst, dann wirst du fürsorglicher. Du achtest ganz anders auf Lebensmittel. Du achtest ganz anders auf Sprache. Du achtest da anders drauf. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel wichtig auch zu sagen, da bräuchte man mal so ein Elternjahr für Väter, mal verbindlich. Da bin ich voll. Jeder Mann müsste eigentlich ein bis zwei Jahre zu Hause bleiben, für jedes Kind ein Jahr. Ich habe das gemacht tatsächlich. Ich war also, als mein Sohn, als der Felix geboren worden ist, bin ich ein Jahr zu Hause geblieben. Das hat meine Karriere tatsächlich ruiniert. Das muss ich ganz klar sagen. Ich war dann von 3000 Zuschauern runter auf 100. Also wenn du ein, ich war ein anderthalb, zwei Jahre, weg vom Fenster. Das ist so. Ich habe gedacht, ich fange dann wieder an und dann waren die Zuschauer weg. Das ist ja so eine große Angst, die viele, 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 gerade selbstständige Männer auch haben. Verständlich. Weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen, die Frau ist schwanger und er macht Überstunden und verdient und nimmt noch sechs Jobs dazu und macht und macht, weil wir das Gefühl haben, wir müssen und müssen und müssen. Nee, wir müssen nicht. Ich habe meiner Frau auch die Möglichkeit, einfach geboten, selber arbeiten zu gehen und dann teilt sich das nämlich so ein bisschen auf. Aber das ist natürlich in so einem Beruf, in dem ich arbeite, schwierig, weil ich verdiene ja überdurchschnittlich gut und da kann man schnell sagen, da braucht die Frau nicht. Sonja, meine Frau, regelmäßig, ich musste sich das im Club anhören, die steht da und arbeitet, weist die Leute ein und dann kommt die, sie sind doch die Frau von irgendwo abhüttet. Wieso arbeiten sie denn noch? Weißt du? Diese Mentalität ist immer noch gegeben, die ist immer noch da und das ist natürlich schwierig. Ab 2025, 2025 dann dieses Programm Männernerven stark und ihr macht euch mal gefasst hier auf einen Abend, wo euch die Leviten gelesen werden, liebe Männer. Ihr denkend rausgeht, aber gleichzeitig lachend rausgeht. Ich freue mich, ich freue mich drauf. Der Grundtitel bleibt Betreutes Hass mit Ingo Acht. Ich glaube, das bleibt auf jeden Fall drin. Das wollten sie nur nicht aufs Plakat schreiben, weil sie gesagt haben, das stößt ab. Deswegen brauchen wir was Positives. Eigentlich ist es Betreutes Hass. Das wird auch bleiben. Es wird auf jeden Fall eine Therapie und es wird auf jeden Fall frei Schnauze und es wird auch immer welche geben, die es doof finden, aber es wird auch immer viele geben, die sagen, jetzt erst recht. Wie schön, ein bisschen polarisieren muss auch immer mit dabei sein. Das ist richtig so. Oh, es wurde ein letztes Mal noch am Rad gedreht. Heute ist es jetzt schon gemeinsam positiv am Rad drehen. Heute mit Ingo Acht. Ein letztes Mal drehen wir und es ist eine berühmte, für uns berühmte Kategorie, die heißt Ratz-Fatz-Satz. Das heißt, nicht lang fackeln. Ich gebe dir einen Satzanfang vor, lieber Ingo und du machst den Satz mal bitte aus dem Bauch heraus, spontan, zu Ende. Erster Satz. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ich habe lange in Unafranken gelebt. Das Beste an Unafranken ist oder war? Schäufele, Bratwürstle und der leckere Wein. Das ist super. Da gehst du ins Bürgerspital, da gehst du nüchtern rein und kommst besoffen wieder raus. Das finde ich herrlich. Ich mag ja auch die Röhn, wo ich der Gisela, den Dupf, Naus, Müs, Helf getrauch. Das finde ich auch sehr schön. Die grammatikalische Wendung erklärst du mal jemandem, der zuzieht. Das wird spannend. Also nächster Satz für dich. Applaus ist für mich. Eine Droge, von der ich total abhängig bin. Männer und Frauen. Müssen mal reden. Sehr schön auf den Punkt gebracht. Dein letzter Ratzfatz Satz ist aber jetzt erst mal. Ich, also Ingo Appelt, mache Comedy oder Kabarett bis. Ich tot umfalle. Ich werde mit 82 auf der Bühne stehen und Ficken schreien. Das wird auf jeden Fall so sein. Gerade dann. Das wären schon berühmte letzte Worte gewesen. Finde ich geil. Genau ist die Aussage. Falls du dem aber noch was hinzufügen möchtest. Ingo Appelt, erst mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wunderbare Gespräch mit viel Politik, mit vielen Namen, mit viel Klartext. Dankeschön. Gerne, gerne. Und hier sind, meine Damen und Herren, die berühmten letzten Worte nicht für ewig, sondern nur für diesen Podcast von Ingo Appelt. Das war's von mir. Das sagten noch jetzt momentan alle, oder? Das sag ich natürlich nicht. Ich bleib, ich bleib Ingo Appelt und bleibt locker, kommt zu Ingo Appelt, zieht euch warm an. Das Promi Round & Round als Podcast oder Video-Podcast. Weitere Folgen findest du hier. markto 구 på Ingo Appelt. Ciao. W Bahrain